Fernando Pessoa vom Vergehen der Stunden Sensationistische Ode für José de Almada Negreiros Widmung Almada Negreiros, Sie können sich nicht vorstellen, wie dankbar ich Ihnen bin, dass es Sie gibt. Alvaro de Campos Alles fühlen, auf alle Weise, alle Meinungen haben, sich widersprechend aufrichtig sein, jede Minute sich unbequem sein durch seine völlige Gedankenfreiheit und die Dinge lieben wie Gott. Ich, der ich mehr Bruder eines Baumes bin als der eines Arbeiters, ich, der ich den vermeintlichen Schmerz des Meeres, das an den Strand schlägt, stärker spüre als den wirklichen Schmerz von Kindern, die man schlägt. Ach, das kann nicht recht sein, arme, geschlagene Kinder, und wie kommt es, dass meine Empfindungen sich so rasch ändern? Ich, der ich letztlich ein fortwährendes Zwiegespräch bin, ein unverständlich lautes Reden, tiefe Nacht im Turm, wenn die Glocken leicht schwingen, ohne dass eine Hand sie bewegt, und es wehtut zu wissen, dass es ein Leben zu leben gibt morgen. Ich, nun ja, wörtlich ich, und auch metaphorisch ich, ich, der Dichter der Sinnesempfindungen, vom Zufall zu den untadeligen Gesetzen des Lebens geschickt, ich, der Zigarettenraucher aus Berufung, der Mann, der Opium raucht und Absinth trinkt, aber letztlich lieber ans Opium rauchen denkt, als Opium zu rauchen, und es angemessener findet, den zu trinkenden Absinth zu betrachten, als zu trinken. Ich, dieser überlegene Kümmerling ohne Seelenarchive, ohne Persönlichkeit von erklärtem Wert, ich, der feierliche Erforscher belangloser Dinge, imstande in Sibirien zu leben, nur um des Landes überdrüssig zu werden, finde, es macht nichts, wenn man nicht an seinem Heimatland hängt, zumal ich, anders als ein Baum, keine Wurzeln habe und folglich nicht verwurzelt bin. Ich, der ich mich oft so wirklich fühle wie eine Metapher, wie der Satz, den ein kranker Mann in das Buch des Mädchens schrieb, das er auf der Terrasse traf, oder wie eine Partie Schach auf dem Deck eines Überseedampfers, ich, die Amme, die Kinderwagen durch alle öffentlichen Anlagen schiebt, ich, der Polizist, der ihr mit den Augen folgt, hinten in der Allee, ich, das Kind im Wagen, das seinem wachen Unbewussten mit einer Rassel zuwinkt, ich, die Landschaft hinter alledem, der städtische Friede, gefiltert durch die Bäume im Park, ich, der sie alle zu Hause erwartet, ich, dem sie auf der Straße begegnen, ich, das, was sie nicht wissen über sich selbst, ich, das, woran du gerade denkst und was dich lächeln lässt, ich, das Widersprüchliche, das Erfundene, das Geplapper, der Schaum, das frischgeklebte Plakat, die Hüften der Französin, des Priesters Blick, der Platz, an dem sich die beiden Straßen kreuzen und die Chauffeure an ihre Wagen gelehnt dösen, die Narbe des bärbeißigen Sergenten, der speckige Kragen des kranken Nachhilfelehrers auf dem Weg nach Hause, die Tasse, aus welcher der Kleine der Stab immer trank und deren Henkel einen Sprung hat, all dies nimmt ein Mutterherz ein und füllt es aus, ich, das Französisch-Diktat der Kleinen, die an ihren Strumpfbändern zupfen, ich, die Füße, die sich berühren unter dem Bridge-Tisch mit dem Lüster darüber, ich, der versteckte Brief, die Wärme des Taschentuchs, der Erker mit dem halboffenen Fenster, der Dienstboteneingang, an dem das Hausmädchen mit der Sehnsucht des Vetters spricht, José, dieser Mistkerl, der versprach zu kommen und nicht kam und nichts war mit dem Streich, den wir ihm spielen wollten, ich, all dies und was sonst noch ist auf der Welt, so viele Dinge, Türen, die sich öffnen und der Grund, weshalb sie sich öffnen und all das, was die Hände bereits taten, die jetzt die Tür öffnen, Ich, das allem Ausdruck inne wohnende Elend, das Unvermögen, allen Gefühlen Ausdruck zu verleihen, ohne Grabsteine auf dem Friedhof, für den Bruder all dessen, denn was nichts zu besagen scheint, will immer etwas sagen. Ja, ich, der Schiffsingenieur, abergläubisch wie eine Bäuerin, trage ein Monokel, um nicht dem wahren Bild zu entsprechen, das ich von mir habe. Bisweilen benötige ich drei Stunden, um mich anzukleiden, ohne dass ich dies natürlich fände. Doch finde ich es metaphysisch und klopft man unterdessen an die Tür, ärgere ich mich, weniger, weil man mich beim Krawattenbinden stört, sondern weil es mich ans Leben erinnert. morgens. Vielen Dank.